Viele neue Gesichter konnten wir in dieser Woche schon in unserer Verwaltung begrüßen. Die neuen Azubis, die jetzt im Sommer anfangen, die waren bei uns und hatten einen kleinen Schnuppernachmittag bei uns. Konnten schon mal ihre Ausbilderinnen und Ausbilder kennenlernen, konnten das Haus schon mal kennenlernen und hatten ein bisschen Spaß dabei. Wir freuen uns, wenn die dann im Sommer zu uns kommen. Nächste Woche findet die Azubi-Messe statt auf dem Gelände der David-Röntgen-Schule am kommenden Donnerstag. Da sind natürlich auch wir vertreten und stellen auch die Verwaltung wieder vor. Apropos, wer für nächstes Jahr schon einen Ausbildungsplatz sucht, kann sich einfach so bei uns bewerben. Einfach mal auf die Homepage klicken und nachschauen. Nachdem die ersten Tage des Stadtradelns völlig verregnet waren, geht das Wetter ja jetzt die nächsten Tage auf. Daher wechseln wir auch jetzt aufs Rad. Und ich hoffe, Sie auch. Und dann radeln wir für die Stadt und fürs Klima. Und dann討ern comigo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.